Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir vor euch Agro Swing in der limitierten Picture Vinyl von B-Tide. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Agro Swing von B-Tide, das Ganze am 22. Februar erschienen, vergangenen Freitag. Ich habe euch die Box ja bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die limitierte Picture Vinyl. Zur Info, es gab dieses Album nicht nur als CD und als Box, sondern auch als limitierte Picture Vinyl, wie ihr sie hier seht, und auch als Doppelvinyl. Extra bei dieser Picture Vinyl ist hier das Autogramm, also die Picture Vinyl wurde hier unterschrieben und dasselbe wurde auch mit der regulären, also mit der Doppelvinyl gemacht. Dieser ist ebenfalls unterschrieben worden. Gut, so viel dazu. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier diese Vinyl in einer durchsichtigen Hülle. Hier eben wie gesagt B-Tide mit silbernem bzw. weißem Stift unterschrieben. Und hier oben rechts haben wir dann mal einen Aufkleber. Hier lesen wir Limited Picture Vinyl B-Tide Agro Swing. Und auf der linken Seite dann einen Sticker im Hochformat und hier haben wir die Tracklist. Kleine Besonderheit daran, wir haben hier insgesamt elf Tracks an der Zahl. Fünf auf der A-Seite, sechs auf der B-Seite. Wenn wir uns erinnern, auf dem regulären Album, was in der Box dabei war, waren insgesamt 16 Tracks. Bedeutet, von diesen 16 Tracks sind jetzt nicht ganz alle auf dieser Vinyl drauf. Das ging sich, glaube ich, einfach von der Laufzeit, von der Länge nicht aus. Aber elf Tracks hat man hier dann ausgewählt und auf die Vinyl gepackt. Gut, darunter haben wir noch die Credits zum Album. Dann schauen wir mal hinein. Wir brauchen hier kein Messer oder irgendwas. Das Ganze lässt sich hier einfach wie so ein Briefumschlag aufklappen. Und dann kommen wir auch schon zur Vinyl. Wir haben hier eine bedruckte Picture Vinyl. Auf der Vorderseite haben wir den Interpreten B-Tide mit fettem Grinser. Das Ganze in Schwarz-Weiß-Optik. Agro Swing lesen wir runter. Und er hier in feinstem Zwirn mit Krawatte. Also das Outfit hier auch ganz im Stil der goldenen 20er. Und hier im Hintergrund haben wir noch so leicht dieses Logo von Agro Swing sichtbar. Also diese Klaviertasten inklusive der beiden Trompeten. Auf der Rückseite dann nochmal das komplette Logo von Agro Swing. So sieht das aus. Darunter auch wieder der Schriftzug. Und wir sehen auch hier ganz am Rand noch die schwarze Farbe der Vinyl. Die hier dann in dunkel bzw. ja hellgrau bedruckt wurde. Ja, für mich immer wieder erstaunlich, wie man solche Vinyls trotzdem abspielen kann. Nachdem die hier bedruckt wurden. Aber es funktioniert. Und das ist auf jeden Fall eine gelungene Sache. Und sticht doch deutlich raus zwischen den ganzen regulären schwarzen Vinyls. Gut, das war es auch schon. Wie gesagt, diese limitierte Picture Vinyl kommt in dieser durchsichtigen Hülle, in dieser Verpackung. Und das Ganze wurde dann auch noch unterschrieben von Beat Tide. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Picture Vinyl. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Beat Tide unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war es für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. 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 Vielen Dank.